Guten Tag, ich heiße herzlich willkommen. Meine Ausstellung ist betitelt 20 Jahre Schauen aus dem Fenster, Blick aus dem Fenster. Es geht natürlich um das 20-Jährige der Galerie, denn vor 20 Jahren kam ich hierher zu den ersten, von Anja Paneckosch geführten, zum ersten Unterricht und seitdem kann sie mich nicht loswerden. Dabei wollte ich aber betonen, dass ich als junger Mensch, als junger Bursche, damals um wunderbare Künstler kennengelernt habe, dank dieser Tätigkeit der Galerie. Ich konnte mir wunderbare Arbeiten auch anschauen, welche mein Bewusstsein mitgestaltet haben. Und die Sprache, die ich heute nutze, kommt aus der Zeit, und zwar die Sprache der Kunst. Zur Ausstellung selbst könnte ich noch sagen, ich habe lange überlegt, was ich überhaupt sagen soll. Ich wollte hier ein echtes Lichtfestival veranstalten, aber als ich dann erfuhr, dass bei Tageslicht ausgestellt wird, musste ich ein anderes Konzept aufarbeiten. Und als ich mir dann die Außenbedingungen ansah, dann dachte ich, okay, dann stelle ich doch etwas im inneren Bereich aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.